Die Falten an der Oberlippe können viele Frauen zum Verzweifeln bringen, aber die Behandlung ist allerdings sehr einfach und bringt sofortige Resultate und dafür ist diese Oberlippenbehandlung, Oberlippenfällchenbehandlung sehr sehr gut geeignet. Dafür haben wir drei Möglichkeiten. Hier eine Möglichkeit davon, was wir hier zeigen und man sieht wie schnell die Behandlung auch erfolgt und das Ergebnis wird man sicherlich nach zehn Tagen schon deutlich sehen. Nach zwei, drei Zyklen wird es so sein, dass diese Fällchen dann komplett verschwinden. Ich denke, die Behandlung ist hier soweit abgeschlossen und man freut sich auf das nächste Wiedersehen.